Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Worms Clan Wars, ähm, Worms Battlegrounds, ähm, und das ist die vorletzte Folge, ja, und wir spielen jetzt natürlich wieder eine schöne Worms, in der vorletzten Folge, ähm, heute nur wieder mit 2, ähm, und, äh, dafür kommt dann also zur, äh, letzten Folge, die so ein bisschen spezial ist, kann man sagen, ähm, ähm, werden es dann wieder 3 geben, aber, naja, wir machen jetzt den Gast von Feist, den Krawat, und, ähm, das war's dann halt schon, und, äh, ja, ne, so, wir machen wieder alles zufällig, wiki, ja, passt, geh mal rein, so, easy. Ähm, ja, Und, ähm, das ist ja, ah, So, der legt mal direkt los. Okay, das war schlecht. Das war schlecht. Oh, der war gut. Den ja gemacht hat. Das muss man nie lassen. Okay. 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 Ja, komm. Ja, komm. Okay. Ja okay, was auch immer das jetzt war, was die Blauen gemacht haben, ähm, aber, ähm, naja, ne, ist ja kein Problem, ne, 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 so, äh, dann, äh, ich muss jetzt auch noch ganz schnell aufnehmen, weil, ähm, ich hätte jetzt sonst keine Folgen mehr gehabt, für, ach du scheiße, für heute, und wir haben 16.11 Uhr und das muss rendern und so weiter, ich weiß nicht, ob es vielleicht bis, es könnte sein, dass es ein bisschen später wird, ähm, aber das ist hoffentlich kein Problem, ähm, aber, naja, ne, Ja, 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 so, ähm, ja, 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 Dann, äh, ja. Das hat ein bisschen Damage gemacht. Aber auch ein bisschen, nur. Nur ein bisschen. So, ähm. Ähm. Ja. Gucken. Könnte man das Licht. Das war definitiv zu weit, aber ist trotzdem... ...bisschen ist schon so, ne? Na gut. War gut, war gut. Äh. Hm. Hm. Oh, da sollte er jetzt Damage bekommen. Ja. Dadurch. Ne? Ja. P. H. Okay. Ähm. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Ähm. Komm. Easy. Ja, der ist jetzt tot. Ähm. Und der hängt fest. Und dadurch... Okay. Ich bin wieder. So. Das hat ein bisschen Damage. Ich glaube, die sind jetzt einfach... ...lost. Weil sie wissen, die kommen nicht mehr weiter. Aber, naja, ne? So. Naja. So. Ähm. Ein bisschen. Ein bisschen zu weit. Ja. Aber auch nur ein bisschen. ist jetzt... Das war jetzt nicht so groß. Die Sprengung. Aber okay. Okay, okay. Okay. Okay, that was just nothing. That was... Okay. 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 Ähm. Du du du. Eigentlich. Kann man das hier auch nicht sehen. Ähm. 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 Ich würde gerne. Es ist jetzt vier. Ähm. Und dann. Und dann. Dann. Ähm. Fuck. Okay. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Ach. Scheiße. 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 Okay. Ähm. Ja. Ja. Boom! So! Quick here! Fuck! Fuck! Okay. Äh. Ja, das muss jetzt eigentlich gewesen sein mit blau. Ähm. Oh, naja. Naja, naja. Ja, naja, naja. Okay, ja, um. Ähm. Ooh! Challenge accepted! Go away! Yes, sir! Session! Grrr! Ouch! Oh, dear! Hm, hm, hm. What is power level? Set sail or epic fail. Um. Okay. Okay. Du hast mit ihm. Bye-bye! Hm. So. Okay, selber 40 Schaden zugefügt. Nice. Ähm. Komm mal so. Okay, das ist doch jetzt gewesen. Nicht ganz. Noch ist es nicht ganz gewesen. Auch ist es nicht ganz gewesen. Aber, na. So. 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 Das müsste jetzt aber gewesen sein. Ja. Okay. Ähm. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ähm. Auf jeden Fall. Nice. Äh. Blau hat. Und öff. Der. Schikun. Ähm. Aber da gibt es ja noch ganz viele. Ähm. Aber. Naja. Okay. Okay. Äh. Würde ich sagen. Das, äh. War's mit dem Video. Äh. Von der Vorlage. Und, ähm. Dann, äh. Sag ich. Noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und morgen ist dann die letzte Folge. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann. Würde ich sagen. Das war's mit dem Video. Ich bin ein Kimmich fürs Zuschauen. Und sage. Ciao. Tschüss. Und auf. Wiedersehen. Ciao. Tschüss.